Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. So liebe Leute, heute bauen wir mal das fette Teil hinter mir. Wir bauen den Panzerkampfwagen V3 Maus. So, ich habe gerade mal Wikipedia geöffnet. Ich erzähle euch mal kurz was über diesen Panzer. Der Panzerwagen V3 Maus war ein überschwerer Panzer für die Wehrmacht, welcher nach den Ideen seiner Entwickler einiger hochrangiger Politiker auf dem Schlachtfeld allen Gegnern überlegen sein sollte. Ja, dieses fette Teil nennt sich Maus. Weil es so ein bisschen wie eine Maus aussieht, denke ich mal. Weil die Größe hat es eher wie ein Elefant. So, wir schauen uns doch mal dieses fette Teil an. Dieser Panzer wurde sich auch schon oft jetzt gewünscht. Und ich habe jetzt mal gedacht, jetzt baue ich ihn einfach mal. Ich kann euch mal verraten, warum ich diesen Panzer eigentlich nicht so gerne gebaut habe oder bauen wollte, weil der eigentlich sehr detailarm ist. Der sieht sehr klobig aus, klotzig aus. Der sieht eigentlich aus wie ein Panzer, ja, wie ein Anfängerpanzer. Also da ist nichts detailliert. Das sieht einfach nur klobig aus. Aber so war der Panzer halt. Und man muss den halt auch so bauen, wie der im Echten damals war. Und deswegen sieht der halt so aus, liebe Leute. Gut, die Banner hier, das eiserne Kreuz habe ich noch drauf gehauen. Und diese V3 als Buchstabenbanner. Könnt ihr auf YouTube einfach Buchstabenbanner eingeben. Dann wird euch gezeigt, wie diese Buchstabenbanner gemacht werden. Ja, und dieses eiserne Kreuz, das zeige ich jetzt nicht in diesem Tutorial. Das könntet ihr aber in diesem Tutorial schauen hier. Einfach mal in der Bundeswehr-Playlist reinschauen. Da habe ich dieses eiserne Kreuz öfters mal gebaut, gezeigt, wie es gebaut wird. Weil das dauert ein bisschen. So, liebe Leute. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir bauen den Panzer. Der hat diesmal auch einen Innenausbau. Ich habe mir einen Innenausbau einfallen lassen. Aber ich denke mal, wir fangen jetzt erstmal mit dem Tutorial an. So, liebe Leute. Wir brauchen als erstes mal Beobachter. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn? Vier, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück brauchen wir. Wir bauen den mal hier hin. Wir brauchen ein bisschen Platz. Wenn ihr euch das mal, ich schaue, ich will euch das mal zeigen. Guck mal, wie groß der Panzer ist und wie wuchtig der Panzer hier ist. Und jetzt schaut euch mal den modernen Leopard 2 Panzer an, diesen hier. Wie klein er dagegen aussieht, ne? Also, der sieht echt detailliert aus. Schön, schön kantig überall. Und der sieht einfach nur aus wie so ein Klotz, der hier. Aber naja. Ich habe versucht, mich so gut wie ans Original zu halten, wie es geht. Jetzt setzen wir erstmal die Beobachter hier in eine Reihe, neun Stück. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neune. Auf der anderen Seite auch. Der Panther wird, habe ich aber auch noch Platz hier? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, wir bauen mal hier. Fünf breit werden. Das heißt, wir lassen drei Blöcke hier in der Mitte halt frei. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann, so bauen wir die Panzerkette. Einfach richtig klobig, rustikal halten. Nicht so detailliert zum Beispiel wie, ja okay, hier hatte ich das auch gemacht. Nicht wie beim Leopardpanzer mit dem Schleifstein. Wir machen das hier richtig, wie es früher war. Einfach rustikal. Das sieht aus wie eine fahrende Festung, dieses Teil. So, und wie ich das mal in Dokus so mitgekriegt habe, war der Panzer nicht sehr erfolgreich. Vor allen Dingen, wenn es irgendwelche Gräben gab, Panzergräben, hat er sich mal oft festgefahren oder wippte da so auf diesen, auf den Gräben hin und her. Also, der war sehr klobig. Ich glaube, der hat auch nicht lange im Krieg gedient, so wie ich das mitgekriegt habe. Weil, der war zwar sehr, sehr gut gepanzert, ne. Man hatte fast keine Chance, da irgendwie durchzukommen. Aber der war sehr behäbig, sehr langsam und ein leichtes Ziel halt. So, ähm, gut. Jetzt habe ich gerade hier die polierte Anasit-Treppe vorne und hinten jeweils drangesetzt. So sieht das dann aus. Vor ich hier zu schnell, vor ich bin. Dann habe ich mich für den hellgrauen Beton entschieden. Den setzen wir jetzt einfach mal hier drauf. Und ziehen den komplett, äh, komplett bis zum Ende. Hat auch einen Vorteil bei diesem Panzer. Der ist relativ schnell zu bauen, weil er so detailarm ist. Man muss nicht auf so viele Details achten. Ähm, habe ich eigentlich schon mal Details gesagt? Ich glaube schon, ne. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wo vorne und hinten ist. Das wird hinten sein. Dann lasst bitte hinten einen Block frei. Ja, der Panzer ist halt, ist halt klobig, ne. So. Ich hoffe, euch gefällt das, gefällt das Endresultat. Weil man kann da nicht viel, viel, ähm, besonders, den kann man nicht besonders gut bauen. So möchte ich es mal sagen, weil er einfach aussieht wie ein Schuhkarton, ne. Das ist ein bisschen schwer hier. Ähm, gut. Hinten setzen wir dann auch diese Anisid-Treppen dran. So. Jetzt sind beide Seiten baugleich. Jetzt werden wir uns erstmal nach vorne begeben. Gut. Wir können das hier eigentlich auch so zubauen. Seht das? Hier ist alles sehr klobig hier. Hier wird nicht auf irgendwelche schönen Details geachtet. Nein. Dann setzen wir unten nochmal den grauen Betonglock so davor. Sonst kann man da durchgucken. Und hier vorne, seht ihr, die Treppen fünf Stück. Also zehn insgesamt. Einfach vorne so als Spitze dran. Mehr wird da gar nicht großartig gemacht. Gut. Dann bauen wir das ganze Teil mal hier oben erstmal aus. So. Mit den Poleten eine Sitzstufen. So. Ziehen wir einfach komplett hier rüber. Aber es gibt diesmal sogar einen Innenausbau. Wie vorhin gesagt. Oder wie gerade gesagt. Mache ich ja gar nicht so oft hier. Innenausbau. Innenausbauten. Aber der Panzer hat so viel Platz. Da passt ein ganzes Einfamilienhaus rein. Da habe ich mir gedacht. Ach komm. Machen wir mal irgendwelche. Irgendwie irgendwas da reinbauen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich da reinbaue. Ist noch eine Überraschung. Müsst da noch leider dranbleiben, ne? Komm. Knallen wir schon mal die schönen Banner hier dran. Eiserner Kreuz. Das V. Und hier die 1. Das Eiserner Kreuz. Knallen wir mal da dran. Ähm. Wartet mal kurz. Habe ich denselben Beton jetzt hier benutzt? Hellgrauer Beton? Ah, ich glaube irgendwie. Guckt euch das doch mal an. Der sieht doch dunkler aus als der. Bin ich jetzt. Warte mal. Oder liegt das daran, dass die Sonne so da drauf scheint? Ist ja witzig. Hä? Die sehen ja beide verschieden aus, Leute, oder? Habe ich was? Oder bin ich. Irgendwie habe ich was mit meinen Augen. Wartet mal. Was ist das denn? Hellgrauer Beton. Das ist doch kein hellgrau. Das ist auch hellgrauer Beton. What? Der sieht ja viel heller aus. Aber, äh, macht nix. Ja, dann, dann lassen wir das halt so, ne? Gut, hinten. Ähm. Wie hätte ich das denn hinten gebaut? Da habe ich so eine Special-Tür reingebaut. Ich weiß gar nicht, ob es beim Original so war, so. Ich habe einfach mal so eine schöne, rustikale Tür reingebaut. Eine schöne deutsche Tür. So, hier machen wir das mal so, ähm, wir machen das erstmal hier so zu, ne? Und dann machen wir die beiden Seiten so, setzen hier nochmal eine Stufe rein und ich glaube, hier oben bauen wir das auch mal eben so zu, so sollte das dann aussehen. Ist nicht sehr kompliziert. Und jetzt setzen wir mal hier die Tür hinten rein. Okay, ich hatte eine Stufe davor. Gucken. Tür kommt hier so rein. So soll das dann aussehen. Sieht fast aus wie ein Haus von hinten. Wenn man nicht wüsste, dass es ein Panzer werden soll, könnte es auch ein Bunker sein. Gut, ähm, einfach pro Bunker. Ich würde mal sagen, jetzt setzen wir erstmal hier ohne Politen eine Siedtreppen auf den Panzer drauf. Und zwar einfach schön hier hinten. Könnt ihr schön so lang ziehen. Hoppala. Ich glaube, seitwärts muss ich mal gucken, wie viele ich benutzt habe. Mit, also die Ecke nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geht ihr nach vorne. Wut. Wenn ihr das so gemacht habt, setzt ihr noch fünf Stück dran. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Machen wir das hier immer so zu. Dann habe ich so einen schönen Leitstein hier. Den brauchen wir, diesen Leitstein. Und wir brauchen jetzt einfach hier diese Steinziegelmauer. Leitstein vorne dran. Steinziegelmauer zieht ihr... Ja, was ist ja moin, was ist denn hier los? Ungefähr, ja, noch ein Block mehr. So zwei Blöcke als Überhang, ne. Ihr könnt die Kanongröße auch bestimmen. Aber ich habe versucht, mich ganz original zu halten. Und so sieht die dann halt aus. Gut. Dann werden wir das ganze Teil hier erstmal zubauen. Zubauen heißt in dem Fall, wir nehmen einfach hier hellgrauen Beton. Der Panzer soll ja auch schwer sein. Wir können aber schon mal hier ein bisschen was aushüllen. Das werden wir gleich nochmal zubauen können. Von innen. Aber wir werden das hier oben erstmal so zumachen. Man kann hier nicht oben rausgucken. Ist bei dem Panzer jetzt nicht so. Wir gucken gleich andersweitig raus. Jetzt zeige ich euch sofort, wie das gemeint ist. So. Ich habe mich so an Google-Bildern orientiert. Bei diesem Tutorial. Wie fast immer. So. Einfach diese hier Eisenfalltüren oben schön drauf packen. Meine Güte, sieht da wuchtig aus. Muss ich immer wieder sagen. Was ein wuchtiges Teil hier. So. Dann gehen wir doch mal rein in die schöne Stube. Zack. Ja. Das hier. Wir können das komplett hier so ausbauen. Guckt euch das mal. Wie viel Platz wir drin haben, Leute. Ist das nicht viel? Also ist schon sehr viel. So werden wir nachher rausgucken können. Das ist auch eine coole Ansicht. Man kann richtig so fast 360 Grad schauen. Also ich möchte nur, dass man nach vorne rausschaut. Das heißt, werden wir das jetzt erstmal hier so ringsrum zubauen. Nicht erschrecken, wenn es jetzt ein bisschen eng wird. Keine Angst. Wir lassen hier vorne einen Schlitz frei. Und können trotzdem noch relativ weit schauen. Weil sonst sieht das von außen ein bisschen komisch aus. Sonst sieht das aus, als würde der Panzerturm so auf dem Panzer drauf schweben. So. Ich hoffe, ihr seid Panzer-Fans. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welchen Panzer ihr am besten findet. Den Leopard, den Abrahams, irgendeinen russischen Panzer. Es gibt ja sehr viele Panzer. Ja, gut. Ja, jetzt können wir das eigentlich ausbauen, wie wir möchten. Ich zeige euch mal den Ausbau. Opa, jetzt bleibe ich hier ein bisschen hängen. Was ist denn hier los? Lasst mich doch mal raus. Ach, ich muss ja auch hier raus. Ich würde das erstmal so belassen. So wäre der Panzer dann auf jeden Fall fertig. Ich zeige euch nochmal ein Ausbau-Beispiel. Das werde ich jetzt nicht nochmal doppelt hier reinbauen. Aber wir schauen uns das doch jetzt mal an. Menü leer. So. Dann gehen wir mal zu unserem Panzer. Mit dem Ausbau. Hallo, kleine Maus. Alles klar bei dir? So. Jetzt schaut euch das mal, was ich hier mal reingezaubert habe. Das ist ein kleines Beispiel hier. Ich habe so ein paar Sitzplätze einfach hier so mit Rot ein bisschen gemacht hier. Der Panzer ist ja aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und da habe ich dann nochmal ein paar Schilder reingemacht hier. Da auch. So ein paar Rüstungen hier. Ja, ein paar Banner. So. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Also, man kann hier sehr viel reinbauen, Leute. Echt, man kann hier super viel reinbauen. Im Gegensatz zum Leopard-Panzer, den ich mal gebaut habe, ist das hier echt ein Fußballplatz. Also, sehr viel Platz. So. Ja, liebe Leute. Das war es mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was euer Lieblingspanzer ist. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich verabschiede mich jetzt hier mit den zwei Mäusen hier. Alter, der Name, der passt mal gar nicht. Aber, naja, so hieß er halt Panzerkampfwagenmaus. Gut, das war es mit dem Tutorial. Vielen Dank für's Schauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Tutorial. Also, Leute. Ciao.